Die Kette, die bindet keine großen Anhänger irgendwo auf der Welt, das ist sehr, sehr traurig. Aber wir werden die Kette, die bindet, bald schon zu ihrem gebührenden Ruhm führen. Um das zu erledigen, um das zu bewerkstelligen, müssen wir natürlich noch ein bisschen Macht ansammeln. Wir müssen unabhängig werden von unserem derzeitigen König, 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 Punk dem Weisen, der das gesamte Reich, eine Ausnahme von uns, bekehrt hat, zum falschen Glauben. Und ja, wir haben mittlerweile eigentlich genügend silistische heilige Städte angesammelt, um den Glauben reformieren zu können. Können das allerdings nicht machen, weil wir, wie gesagt, noch abhängig sind von unserem Herrscher. Und um das zu ändern, müssen wir ganz einfach, ganz simpel, wartet mal. Ach ja, wir brauchen mehr Pietät, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Werden wir ein bisschen auf Flüttertour gehen. Ganz einfach. So. Anderdings begrüße ich natürlich auch erstmal nochmal meinen Chat. Wir haben gerade vor der Folge noch ein bisschen gequatscht. Könnt ihr ja auch da links, da rechts sehen. Und der Chat, beziehungsweise Nektorn in dem Fall, hat mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht wirklich mal Zeit wäre, ein neues Bündnis zu schließen. Und ich glaube, dafür ist König Aurion von Thornland relativ wichtig oder relativ gut. Denn er ist soweit der einzige Igel, was mir sehr wichtig ist, dass wir uns mit dem Igel verbünden. Der nicht mein direkt nächstes Ziel wäre, mit dem wir uns auch verbünden können. Ich mal ganz kurz gucke. Sevedanisch, ja, verbreitet sich leider nur bis hier. Das heißt, Thornland wäre da so, oder? Wir können natürlich auch Milan uns mal anschauen. Hat ein paar Truppen, aber ich glaube, Thornland ist hier relativ gut mit Anatolien, haben sie auch im Besitz. Na, egal. Was ich jeweils machen möchte, ist, mich mit ihm zu verloben, beziehungsweise eine Tochter von mir mit ihm zu verloben. Er ist fünf Jahre alt, deswegen wäre Flower oder Rotz, glaube ich, am besten. Hm. Ich glaube, Rotz wollen wir mal nicht nehmen, die ist nämlich hässlich. Und da will er sich am Ende nicht heiraten. Also kriegst du unsere zweijährige Flower und du möchtest nicht, weil wir ein Ungläubiger sind in deinen Augen. Hm, na gut. Ich finde auch, ein guter Bündnispartner ist ein Vasal Black Chester, da hast du ganz recht. Leider bleibt uns diese Option gerade nicht, ähm... Gut, wir sind in seinen Augen also ungläubig. Das ist ja mal schade. Hm, Bamberg... Können wir jetzt auch nicht unbedingt erobern. Nee. Okay, schade. Dann erstmal kein Bündnis. Holen wir unsere Truppen aus der Versenkung hervor. Und, ähm... Ja. Sammeln sie einmal ganz kurz in Skorne. Während wir... Äh, was haben wir denn hier? Ich fange jetzt mal an, Autobuffetshaber zu ernennen. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Und zu umständlich, hier ist mal neue zu ernennen. Hier können wir Unabhängigkeit fordern, weil unsere Fraktion gerade relativ stark ist. Und wir können in unserem Zirkel aufsteigen, innerhalb unseres Zirkels. Und ich glaube, mit 76 Kampfesstärke sollten wir das locker schaffen. Also... Unser Tisch ist bereits voll Veteran. Ja, das kennen wir bereits. Aber... Ich fordere dich zu einem Duell. Hehe, komm nur her. Ein heroisches Duell. Mein Gegner sieht nervös aus und ihre Rüstung scheint nicht ganz zu passen. Und ich überlege kurz zu fragen, ob wir das lieber an einem anderen Tag machen sollen. Einen Moment später komme ich wieder zu mir und lasse die frische Morgenluft in meine Sinne schärfen. Die standhafte Frau liegt schon bald stöhnend vor Schmerzen auf dem Boden. Ich nehme an, ich habe gewonnen. Ach, so. Herzog Grumpy, der Blutige, bekommt das Sieg im Duell. Und sie wird einäugig. Rose, die Gerechte. Ja, es tut mir leid, aber kann man nicht ändern, ne? So. Grumpy hat mal wieder gewonnen. Und damit sind wir ein Held unter den Lichthütern. Wie unser Vater bereits, dem wir auch gerade nacheifern. Dessen Blut in unseren Adern fließt. Das Blut des ewigen Lichtes. Wunderschön. Ob wir jemals einen Roben erlangen können? Wir werden es herausfinden. Aber zumindest können wir natürlich das Beste versuchen, indem wir zum Beispiel unseren Glauben vereinen. Soll ich unsere Vasallentruppen... Ne, ich lasse unsere Vasallentruppen mal aus dem Spiel hier. Gehen wir auf große Plündertour. Grumpy selbst führt die Truppen mit... Nein, ich lasse nicht Werner das Pferd mit anführen. Das könnt ihr vergessen. So, und dann schnappen wir uns mal Holland. Das ist nämlich so ein bisschen die reichste Provinz unseres Nachbarn, der gerade noch im Krieg ist. Das heißt, vielleicht ist er ein bisschen abgelenkt. Nach meiner Rückzahl von meinem kleinen Raubzug in meiner persönlichen Wache habe ich mit Herzog Pouki da weise gesprochen. Okay, soll er etwas ehrgeiziger machen. Gut, wir haben auch die Mission natürlich auch, ähm, äh, Rimini zu plündern. Aber das ist mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg. Und ich möchte schnell an viel Geld kommen. Deswegen jetzt nicht nach Rimini, sondern erstmal an unsere nahegelegensten Provinzen gehen. Ah, er ist auch von unserer Kultur. Er denkt, er sei ein Igel. Joa, bringe meine Sammlung von Siegeln. Äh, nein. Wir bleiben lieber mal bescheiden, wenn wir es können. Dann halt nicht. Wir bleiben lieber depressiv und gestresst. Wie sich das gehört für den Igel. Aber hey, Pouki da weise ist, äh, ehrgeizig und wir sind jetzt enge Freunde. Sehr gut. Ja, meine Tochter ist krank geworden. Das könnte mir egal oder nicht sein. Sie ist ein Elefant. Ähm, Eckidney, ein Grünschnabel. In meiner Loge ist es ein beschränkter Durland. Der ist beschämend, dass jemand wie sie so unbereit ist. Äh, sollte Lichthüter sie um Unterstützung bitten. Vielleicht sollte ich sie dazu ermutigen, mit einem anderen Mitglied zu trainieren. Ja, das klingt gut. Minus zwei. Wow. Das ist traurig. Äh, Snoot sollte ein ebenbürtiger Gegner sein. Nehmen wir jetzt mal den ebenbürtigen Gegner und schauen, was dann passiert. Gerade als Iketney Snoot herausfordern wollte, rannte sie weg. Was für ein Feigling. Ach, Mann. Das wirst du machen. Und wir haben Westfriesland von Grüge geerbt. Haben wir aber keinen Platz dafür. Deswegen holen wir uns mal einen Befehlshaber an den Hof. Auch wenn es uns etwas Geld kostet, holt er uns die meisten Truppen aus Westfriesland raus. So. Ach ja, und der Berater von Punk, dem Weisen, ist die ganze Zeit noch an unserem Hof, um uns dafür zu überzeugen, wie toll Punk doch ist. La di la di la. Nein. Punk ist... Punk ist ein Arsch. Ich hasse... Oh, was sehe ich denn da? Ne, warte mal. Heiliger Krieg um Rügen. Jetzt will sich mein König auch noch Rügen schnappen. Mist, Kerl. Auf dem Thron von Build the Pony ein. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Ein Pony. Sitzt... Oh Gott, habe ich das gerade richtig gesehen? Die Dynastie heißt Pony. Es ist die Pony-Dynastie. Wunderschön. Hey Marvin. Ja. Seinen Zuschauern zu erzählen, was man alles hat, da kennst du dich ja... Nein, egal. Hi Marvin, schön dich zu sehen. Ach man. So, ich habe das böse Gefühl, dass unser lieber Nachbar gerade Truppen sammelt, um uns von weiteren Plündertouren abzuhalten. Kannst du bitte mal nicht so schnell sein? Was ist denn hier los? Kesselt das Schwein uns ein. Und ignoriert uns dann, während wir einfach in die nächste Provinz weiterplündern gehen. Hehehe. Aber wir müssen aufpassen. Genau deswegen. Scheiße. Ja, okay. Oh, raus. Was? Das ist doch ein schlechter Scherz. Mir wurde gerade gezeigt, dass ich hier rauskommen kann. Dieses Spiel verarscht mich. Das ist ja eine Frechheit. Und ich kann den Anspruch auf die Grafschaft Meißen erlangen. Uh. Setzen wir den durch? Oder lassen wir es bleiben? Wir lassen es mal sein. Einfach, weil ich gerade kein Geld ausgeben möchte. Okay, also. Unser Nachbar ist gerade nicht so gut in Plünderlaune. Deswegen gehen wir doch einfach mal zu unserem nächsten Nachbarn und plündern den aus. Ja, ich weiß aber, warum Schlachtenanzeigen lügen bei dir, aber warum lügen sie bei mir, Marvin? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch wundervoll. Ich bin perfekt. Ich bin unfehlbar. Und dann sowas. Ich weiß nicht. Das erschüttert einfach ein bisschen mein Weltbild. Weißt du? Was willst du denn? Du möchtest mein Kind ausbilden. Nein. Du möchtest meinen Erben mal eben in deiner blöden Religion ausbilden, oder was? Vergiss es. So weit kommt es noch. Ne. Schwein. Ja, ich meine Igel. Igel-Schwein. Schweine-Igel. Jetzt haben wir es. So. Ausweiter. Nein. Ich will nicht in deinen blöden Rat gehen. Nein. Ich will nicht nur der Kommandant werden. Warum ist eigentlich das Bild mit dem Kommandanten mit einem Stuhl versehen? Unser Lehn hat mal eben den Rat abgeschafft. Rotz muss es alleine lernen. Sie ist mir nämlich nichts wert. Hier oben dieses Bild. Wenn man mich in den Rat beruft, ist es einfach nur seinem Porträt eingekreist. Und wenn er mich als Kommandanten berufen möchte, hat er plötzlich einen Stuhl da. Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Sitzt man nicht in einem Rat? Naja. Was weiß ich. Ich kann ja auch nur raten. Anzeigen sind also wie Werbung. Die lügen immer. Ich verstehe. Das passt. So. Haben wir langsam alles geplündert? Nein. Die Stadt Randers muss noch Randa. Randa an Randers. Randale. Und fertig geplündert. Dann gehen wir mal in die nächste Provinz, bevor wir hier noch irgendwelchen anderen random Typen dabei helfen, die Sachen zu belagern. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also. Wir gehen auf die verbesserten Wohntürme, damit wir unsere Burgen ausbauen können. Das ist nämlich sehr wichtig. Und dann. Auf den Legalismus. Und dann gehen wir endlich mal hin und bauen in Röne die Burgmauern aus. Das kostet uns nicht so viel Geld. Und es ist mir sehr wichtig, endlich mal eine ordentliche Burg zu haben. Ordentlichen Herrschaftssitz. Versuchen wir es doch nochmal mit Elkidne. Die Blume. Oh, sie heißt die Blume. Und sie ist Familienmörderin. Okay. Versuchen wir es doch nochmal mit dem ebenbürtigen Gegner. Die innere Wunde. Nach der Schlacht von Finn. Wedeln war es meine Aufgabe, die Familie der gefallenen Soldaten über ihr Schicksal zu informieren. Nacht sehe ich noch immer den Hass in den Augen einer Tochter. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, aber ich habe ihre Leben zerstört. Das Problem ist, ich bin schon depressiv und gestresst. Also schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Ähm. Ja. Gut. Aber ich werde mit meinen Brüdern auf die Jagd gehen. Ich brauche frische Luft. Wir verlieren ein bisschen Pietät, aber dafür? Ne. Verlieren wir nichts anderes. Echidne die Blume und Wiggis kämpft mit Zähnen und Klauen gegeneinander. Eine jubile Menge bildet sich um die Kämpfer und Echidne gewann schließlich. Im Duell hat Echidne kleinere Verletzungen davongetragen, aber ich bin sicher, dass es dabei helfen wird, einen Charakter aufzubauen. Sehr schön. Sehr schön. Ich bekomme sogar Bekanntheit dafür, weil ich ein gutes Duell arrangiert habe. Nicht immer den schwächeren Gegner. Das finde ich schön. So, dann belagern wir als nächstes Wade hier, ne. Dann überlege ich, ob ich über See gehen soll, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich einfach in die anderen Provinzen gehe. Ach, ein meiner Gefangenen ist geflohen. Verdammt. Oh, ich habe 46 Leute im Knast. Ein paar davon kann ich auch mal freikaufen lassen. Schade. Ich hätte richtig gerne Rügen. Das ist ja eigentlich mir gehört, ne. Wenn ich jetzt Rügen übernehme, wird er mir das dann übertragen oder wahrscheinlich eher nicht, weil er mich nicht leiden kann, ne. Ach, scheiß drauf. Hol ich mir früher oder später noch. Ja, ist ja gut. Gebt mir einfach alle euer Geld und lasst mich mit euren Nachrichten in Ruhe unten. Boah, dö. Oh. Ich glaube, da waren noch Plünderer unterwegs von irgendeiner Provinz, die wäre, äh, von, von, äh, Westfriesland oder von Wismar. Gotlander Plünderer. Wo kommt die denn her? Wann habe ich die denn? Hä? Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich 600 Pläne in meiner Armee drin. Ich weiß auch nicht, woher die kamen, aber es hat mir Gold gegeben. Perfekt. Seid ihr Gefolge? Ne. Was seid ihr? Keine Ahnung. Schließt euch einfach mal der Armee hier an. Wenn ich euch schon hab, ne. Könnt ihr ja mitplündern. Äh, versuche ich schon meinen König zu ermorden? Ne, habe ich nicht versucht. Ich glaube, ich hatte keine Chance, genau. Das war das Problem. Keiner wollte sich mehr anschließen. Mh. Wartet mal. Habe ich denn was sein, dem ich nicht leiden könnte? Ja, natürlich habe ich was sein, dem ich nicht leiden könnte. Nochmal den Grafen der Lausitz. Hau da jemanden rein. Ah, wie stark ist er mittlerweile? Oh, 168%. Das ist nicht schlecht. Also, eigentlich müsste unser König da direkt mal zusagen. Na. Aber ich habe so dieses komische Gefühl, dass er einfach immer noch ablehnen wird. Oh, Sugaralizer wurde aufgelöst. Das ist ja schade. Oh, what? Was ist passiert? Also ja, ein Riesenreich. Mann, 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 du. Also, Alauniland und Mitchell haben sich vereint zu einem gigantomatischen Reich. Das wird ja immer besser. Das sind ja riesige Reiche. ParadoxCon dieses Jahr? Dieses Jahr? Oder meinst du nächstes Jahr? Ähm, ja, mach mal aggressiven Anführer für die Dame, ne? Oh, warte, ich habe einen Flankenführer-Bonus und dann gehe ich in die Mitte. Das ist ja perfekt. So, Gattin ist schwanger. Nächstes Jahr. Nö, nicht mitbekommen. Habe ich aber auch nie wirklich das Bedürfnis gehabt, zu diesen Cons zu gehen, ehrlich gesagt. Was bist du denn? Ach, mach den Gegenplündern oder was hat der vor? Ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der marschiert gerade auf mich zu. Oh. Da ist meine Truppen die Burg von heuer eintragen, den Ort blödernden entdeckten. Sehr ein interessantes Relikt, das Quillington, der Vorbesitzer, dort versteckt hatte. Wunderbare Neu... Was für eine Grinsebacke. Ne, Hasenscharte. Vergiss es. Der grinst nicht, der hat eine Hasenscharte. Wunderbare Neuigkeiten. Überschädt Tarangmesser aus der Schatzkammer. Okay. Was macht das denn, das Tarangmesser? Ah, hier. Führung im Zentrum. Okay. Hm. Wir brauchen generell mal bessere, bessere Artefakte, ne? Mal schauen. Oh, der stellt mich echt zum Kampf, aber das sollte ich auch eigentlich gewinnen, oder? Nein? Der hat ja Haushoch gewonnen. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Heidewitzka. Ähm. Lass mich mal bitte in Ruhe. Äh, du möchtest, dass ich mich, äh... Äh, ne? Ne, ich kann grad nicht in dem Krieg mitkämpfen. Sorry, ich muss mich selbst vorbereiten auf einen großen Krieg, der mir bevorsteht. Scheiße. Ah, Mist. Ich Idiot, hab die Chance verpasst, meine, äh, um Unabhängigkeit zu bitten. Ähm. Gucken wir mal. Wer ist denn da drin? Ähtchen, der Peiniger ist drin, der Zweitstärkste war sein nach uns. Dann haben wir noch Hessen und Franken und Schwaben drin. So. Lesebeilig. Ich hab's aber auf mehreren Kanälen angekündigt, nur nicht auf YouTube. Aber über Steam hab ich's angekündigt, über Twitter hab ich's angekündigt. Aber das war's auch schon. Nehmen wir doch mal den von Meißen. Der, äh, versteckt sich gerade. Perfekt. Den von Franken und Schwaben haben wir schon drin. Den von Hessen haben wir auch schon drin. Den Herzog von Bayern. Der mag uns nicht. Typisch, dass Bayern mich nicht mögen. Die mögen mich auch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ärgert mich gerade so. Ich habe die Chance verpasst einfach nur. Ach, Mann. Na gut. Oh, was, 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 was? Was? Riga ist konvertiert? Ach, zu irgendeinem anderen Glauben. Hauptsache nicht zu unserem Königsglauben hier. Das wird ja noch Pebbles. Neue Tochter. Wie schön. Das ist knuffig. Und der Typ hat sein Gefolge ausgehoben und ist jetzt direkt mal draufgegangen. Perfekt. Du, wenn ich unabhängig werde mit einer anderen Religion, dann bin ich wahrscheinlich geäfft. Ganz ehrlich. Ich habe kein Geld, aber ich muss irgendwas machen. Annetta Herzog Grumpy. Annetta Herzog, Herzog Grumpy. Nichts zu tun liegt nicht im Blut eines Kriegers, weshalb ich euch dazu einleite, an meinem Krieg gegen Herzog Quiddinkl in den zweiten Teil zu nehmen. Von Holland. Gegen dem brauchst du Hilfe. Ich will aber gerade nicht. Ja, ich habe die ganze Zeit schon Erben hier. Paukehammer. Mein Sohn. Mein wunderschöner kleiner Sohn, von denen. Der aus irgendeinem Grund auf Tradition ist. Wieso ist der denn auf Tradition ausgerichtet? Habe ich das gemacht? Also, Tessa, wie gesagt, wenn ich unabhängig werde, wahrscheinlich stürzen sich einfach sämtliche Nachbarn auf uns. Oder auf mich. Und machen mich dann platt. Und es wird Zeit, dass ich mich zurückziehe. Tschüss. War schön, euch gekannt zu haben. Mann, ist das nervig. Überall sammeln sich sofort die Truppen und gehen auf mich. Als ob sie das nicht mögen würden, als ob sie das nicht mögen würden, dass ich sie plündere. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Was soll das? Ich sehe Punky nicht immer ansatzweise in hellerem Licht. Ich hasse den Typen. Der nervt langsam. So, plündern wir mal unseren großen Nachbarn. Okay, reicht mir. Die Truppen können aufgelöst werden. Wir haben 3000 Goldstücke angesammelt. Das ist nicht viel. Ähm. Und bei dir werden es einfach immer mehr Truppen. Überall mal die Krieger inspirieren, die wir haben. Um das ein bisschen aufzufrischen, was wir eben noch rekrutieren können. So, jetzt hätten wir insgesamt 9000 Mann zur Verfügung. Damit knapp über 100%. Aber das könnte halt echt mehr sein. Chancen, meinen Lein-San zu beerben, stehen quasi null. Der ist nicht mal ansatzweise meiner Dynastie. Und es ging über so viele Ecken hier. Also ich war nie mit dem verwandt. Oder irgendwas, ne. Das würde also wahrscheinlich nicht viel bringen. Das hier ist ein nomineller Titel. Hier können wir auch nichts mit anfangen. Hm. Du bist ein bekannter Mörderer, deswegen könnte ich dich einsperren. Will ich aber gerade gar nicht. Ja. Du kämpfst gegen diesen komischen Invasoren. Ihr mit seinen 2000 Mann. Das ist ja nix. Okay. Hm, 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 hm. Wen deiner Vasallen kann ich denn noch einladen? Kann ich dich noch in die Fraktion einladen? Kann ich nicht. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz deine Vasallen an. Leider ist der Mistkerl hier 15. Okay, der würde bald erwachsen werden. Wenn wir uns den Erwachsenen in die Fraktion holen, also einen Gefallen kaufen können und ihn uns vielleicht in die Fraktion holen, wäre das super. Ja, ist Österreich eigentlich bei uns drin? Habe ich das schon nachgeguckt? Ich weiß es nicht. Du möchtest nicht. Auch nicht, wenn ich dir ein Geschenk schicke. Dann, ja. Dann kann ich dir einen Gefallen abkaufen. Wunderbar. Und dann fordere ich dich zum Fraktionsbeitritt auf. So. Okay, das hat uns kaum was gebracht. Wow. Oh, warte, warte. Seine Truppen. Zahl verringert sich gerade. Das heißt, unsere Fraktionsstärke erhöht sich. Lass mich doch in Ruhe. Na? Okay, jetzt sinkt's gerade. Schauen wir mal ganz kurz, ob er uns unsere Unabhängigkeit gewährt. Oh, wir sind mittlerweile alt. Schauen wir mal. Vielleicht, 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 vielleicht. Ich weiß es nicht, ab wann er das macht. Nope. Das war's, Punk der Weise. Ist die jetzt mit uns im Krieg? Verhügt er aber nur noch über 8000 Mann. Klar, wir haben ja auch gerade die Hälfte seines Reiches gestohlen. Äh, wartet mal. So, Österreichs Truppen hole ich mir einfach hier oben. Und dann ziehen wir alles, was wir haben, in Mecklenburg zusammen. Ich hätte Steuerung beim Ausheben drücken sollen. So haben wir jetzt gerade das Problem, dass ein paar unserer Truppen bereits im Kampf sind. Okay. Du möchtest Kortisane heiraten. Das ist in Ordnung. Kämpfen wir! Was, was ist passiert? Ah, dieser Arschgeigen. Gerade eben noch in eine ganz andere Richtung erschiebt. Plötzlich sind sie doch da. Ich war eine Sekunde nicht auf. So, was habe ich jetzt geerbt? Werle und Rostock. Ach ja, hm. Gut, dann laden wir nochmal einen Kommandanten ein. Ah, temporärer Titel. Wunderbar, kann ich ja nichts machen. Ey, sag mal. Aus dem Nichts kommen jetzt die ganzen Truppen hier an. So, ihr könnt heiraten. Glückwunsch dazu. Ich will gerade niemanden bezirzen. So. 20.000 Mann. Das sollte doch genügen. Äh, Grumpy. Auf der linken Flanke. Unser König. Er könnte im Kampf fallen. Aber es ist zu einem guten Zweck. Und die anderen beiden Kommandanten dann auch. So, wir sind über die Elbe marschiert. Marschieren auf unseren Feind zu. Und bei Weimar werden wir aufeinandertreffen. 22.000 Mann gegen ihre 9.000 Mann. Schauen wir uns das mal an. Wir fühlen selbst. Er selbst hat sich natürlich zurückgezogen hinter seine Burgmauern. Der feige Hund. Igelhund. Und er wird vernichtet. Die Schlacht von Weimar. Unser andauernder Kampf außerhalb von Weimar hat das Beste aus unseren Militärstrategen hervorgebracht. Einer von ihnen ist ein Severaner, Severaner-Veteran mit einer Vorliebe für Innovationen. Er schlägt nun vor, dass er sich von der Front zurückziehen und nach Bornholm zurückkehren sollte, um seine Arbeit in Sicherheit vor fliegenden Pfeilen fortzusetzen. Hm. Und das hört sich nach einer soliden Investition an. Geh mit meinem Segen. Verliehen etwas Gold, aber das ist in Ordnung. Wunderbar. Und den Baron Wiggles von Kufstein opfern wir für die Kette, die bindet. Ebenfalls Groogie von Salvet und auch Galahad. So. Dann zieht er sich ungeordnet zurück. Oh, schaut euch das mal einfach. Sein gesamtes Reich. Ich habe natürlich die ganze Zeit seine Truppenstärke daran gemessen, wie viel er von seinen Vasallen bekommt und vollkommen vergessen, dass er natürlich auch davon fast alles verliert. So. Ziehen wir mal nach Norden. Er hat gerade versucht, Sneaky von Holm zu belagern. Halten wir ihn doch mal ein bisschen auf dabei. Und wir könnten einen Soldaten da vorne an unseren Hof einladen, aber den brauchen wir gerade nicht. Und die Pietät haben wir auf jeden Fall gebrauchen können. So. Schauen wir mal. Du ziehst dich nach Radek zurück. Und in Geldern gibt es einen Aufstand, weil dieser jetzt hier temporär mir gehört, bin ich quasi der, der darunter zu leiden hat. Das ist okay. Die Schlacht von Radek. Meine Truppen schlagen sich hervorragend und meine Brust schwebt vor Stolz an, während wir weiter vorrücken. Ich drehe mich um, um auf den Ruf eines Soldaten in der Nähe zu antworten, als plötzlich ein scharfer Schmerz in meinen Augen zu spüren ist. Mit den Zähnen knirschend höre ich einen Feind rufen, bleib unten, habgieriger Nörgler. Das denke ich nicht. Ich werde Kommandant Pinkaschen persönlich herausfordern. Er ist Pinkaschen. Wenn du eine Tochter mit dem Kaiser verheiratest, wird dein Enkel dann nicht der Neue? Ja. Könnte sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dann das Reich auch habe. Das heißt, ich habe nur meinen Enkel auf dem Thron. Das Problem ist, dass der, solange es keine Matri-Linear-Hochzeit ist, ist der, ist das Kind oder sind alle Kinder aus einer Ehe mit meiner Tochter und dem König aus der Dynastie des Königs. Das heißt, ähm, ja, das wäre für mich, das wären, sind für mich fremde Leute. Fremde Dynastien. Ich kann die ganze, also das Spiel spielt die ganze Zeit nur mit einer Dynastie und das ist die Hammer-Dynastie. Das heißt, ich kann die Dynastie nicht wechseln. Sobald das letzte, die letzte Person aus der Hammer-Dynastie ausstirbt, habe ich das Spiel verloren. Das heißt, ich kann diesen Enkel nicht spielen und werde ihn niemals spielen können. Ähm, ja, und ein Herrscher wird niemals einer Matri-Linearen Hochzeit, äh, zustimmen. Was man machen kann, was manchmal funktioniert, wenn man sehr Intrigenreiche Herrscher hat, ist, ähm, seine Tochter Matri-Linear an, äh, ein, eines der jüngsten Kinder, als Kaiser oder so, zu verheiraten, zu warten, bis die beiden ein Kind haben und dann nach und nach die ganzen Geschwister abzuschnetzeln, sodass dann dieses jüngste Kind in der Thronfolge ganz oben steht und die Kinder daraus dann aus meiner Dynastie sind. Und dann kann man natürlich über Ecken versuchen, dann dieses Kind zu spielen und hat dann plötzlich das ganze Kaiserreich in der Dynastie. Das ist möglich. Aber so, wie gesagt, ist es erstmal eine patrilineare Hochzeit, das heißt, die Kinder gehörend der Dynastie des Vaters an. Ah, na, 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 das denke ich nicht, ich werde ja Pinkaschen persönlich herausfordern, das klingt nach etwas, was Grumpy machen würde. Pinkaschen. Oder so eine lustige Octopus-Religion. Wir sollten fangen an, an zu gehen, als ich mich mit Pinkaschen treffe und meine Streitachse der Hammer-Dynastie vorbereite. Nachdem er meinen ersten Angriff unbeholfen ausgewichen ist, ach, der kann nix. Ich nehme an, ich habe gewonnen. Nein, er stirbt. Er stirbt hier in Chadek. Du möchtest meinen Leuten Belagerungsanführer geben, aber ich werde niemals einem Menschen einen Gefallen schulden. Daher kann ich das nicht annehmen. Das Problem ist, unsere Hauptstadt ist demnächst gefallen. Unsere Gattin ist schwanger. Ja, da holen wir sofort unseren Hofarzt. Die 1.000 Mann hier haben wir vernichtend geschlagen. Das ist sehr gut. Dann kümmern wir uns als nächstes um die Revolte da hinten. Ach, wir haben gewonnen. Wir haben schon 100%. Ja, dann. Erzwingen wir eben die Forderung. Hei, 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 hei. Ja, das war mal ein großes Reich, ja. Das war mal ein großes Reich. So. Unser Hofarzt, der sich gerade um unsere Gattin kümmern sollte, ist gestorben. Äh, wir heiern einen neuen an. Dann können wir unserem Reich den Erben vorstellen. Wunderbar. Und, äh, besagter Erbe Poké hat noch keinen Bildungsschwerpunkt. Er ist wingerlich, rauflustig und gewissenhaft. Auch einer von diesen legitimierten Bastarden. Ja, und so wie es aussieht, wird auch eher ein kriegerischer König sein. Herrscher sein erst mal. Ah, und wir könnten das Königreich von Kalunetta übernehmen. Ist die Frage, ob wir das machen wollen oder ob wir unsere, äh, warte mal. Warte, was? Was? Wieso sind denn die jetzt unabhängig von mir? Hä? Das waren meine Vasaien. Das sind meine Vasaien. Ich hab die selbst zu meinen Vasaien gemacht. Höchstpersönlich. Und jetzt plötzlich sind die nicht mal meine... Hä? Das ist vollkommen unsinnig. Das ist vollkommener Schwachsinn. Kann nicht stimmen, das muss ein Druckfehler sein. What the fuck? Moment mal, ich lad mal neu. Ist das ein Bug? Ist das schon wieder verbuggt? Genau wie diesen Plündern? Nee, Iron Man-Modus hab ich nicht aktiv. What the fuck? Sorry, das ist sehr merkwürdig. Wollte ich den ganzen Scheiß-Krieg von vorne machen. Also eine Frechheit, was soll denn das jetzt? Wollte mich verarschen, oder? Also, das ist ja eine Frechheit. Also, also jetzt mal wirklich, also, wow. Ich, ich hätte speichern sollen. Jetzt muss ich das alles von vorne machen. Ich drehe gerade durch. Ja, ich hätte hier überseitig durch die Konsole zurückholen können, aber ich hab eigentlich gedacht, dass noch mehr Autosaves da sind. Scheinbar war nur ein einziger da. Vom Januar. Noch mehr, weniger. Halbes Jahr, mindestens ja. Was war das denn gerade? Entschuldigt mal, aber das ist ja vollkommener Bullshit. Plötzlich ist alles anders. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ein Hofgeistlicher, warum ist nix von Kutzka? Da muss ich meinen Hofgeistlichen entlassen, das tut mir leid, aber die kann sich nicht für religiöse, äh, irgendwelche Gefälligkeiten bezahlen lassen. Das nennt man Korruption, das mag ich nicht. Warum kann ich dich jetzt nicht zum Hofgeistlichen er... Ich hasse dieses Spiel so sehr. Okay, Sunshine, du. Was ist denn los hier? Wieso kann ich denn niemanden zum Hofgeistlichen ernennen? Was ist das für ein verbuggtes Spiel? Hey. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Grafschaften, denen ich nichts anfangen kann, die ich nicht abgeben kann, weil ich irgendwelche temporären Titel halte. Bin gerade ein bisschen, weiß ich nicht, fühle mich etwas veralbert. So, kann ich jetzt endlich... Wieso geht das nicht? Ach, weil ich temporäre Titel besitze, kann ich nicht mal das machen. Effektiv ist mein Reich komplett im Eimer, solange ich Rebellion anführe, ja? So, 100%. Schauen wir uns das noch mal ganz kurz an. Ja, ich verliere einfach sämtliche meiner Vasallen ohne wirklichen Grund. Also, das ist ein Unsinn. Sondergleichen. Ähm. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, wir machen mal einen kurzen Cut an der Stelle, beziehungsweise sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich das tolle, diesen tollen, keine Ahnung, was das ist, warum das so ist, wenn ich das beseitigt habe. Also, wir werden uns jetzt also im Stream darum kümmern. Wieso ist Järland jetzt plötzlich mein Haupttitel? Alles so komische Sachen. Das ist doch vollkommener Unsinn. Also, das ergibt keinen Sinn. Ja, wie gesagt, liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das irgendwie behoben habe. Tschapka-Struppi sagt Tschüss. Tschüss.